Ja, Hallöchen zusammen zu einem kleinen Infovideo. Ja, es geht heute mal um so ein paar Kleinigkeiten, wie das im Moment so aussieht, denn es gibt ein paar kleine schlechte Nachrichten. Ja, Problem ist, ich komme im Moment nicht wirklich viel zum Aufnehmen, beziehungsweise auf die Sachen, die ich aufnehmen müsste. Ne, wie sage ich das jetzt? Ich habe nicht viel Zeit zum Aufnehmen und für einige Sachen habe ich auch gerade keine Lust. Ich glaube, das erklärt es am besten und deswegen wird es da jetzt mal so ein paar kleine Änderungen geben. Und ja, da würde ich gleich sagen, fangen wir quasi gleich an. Oblivion habe ich bis Part 44 aufgenommen. Die werde ich auch noch alle rendern und hochladen. Zwar nicht mehr in diesem täglichen Rhythmus, dass da wirklich jeden Tag was kommt, aber ich werde sie noch alle hochladen. Wenn diese 44 Parts weg sind, dann würde ich das gerne zurückstellen. Ich werde zwischendurch vielleicht ein paar Parts machen, aber es wird nicht mehr vorrangig irgendwie auf dem Kanal sein. Ja, dann als Projekt habe ich ja eigentlich so gerade im Moment Pokémon Silber. Aber das wird so ganz normal weitergehen. Ich hoffe auch, dass ich mal da ein bisschen mehr was regelmäßig hinkriege. Sollte ich zumindest mal versuchen. Also wie gesagt, da wird es halt wieder etwas mehr geben, hoffe ich. Was gibt es da noch? Portal 2, da ist das Problem, also das wird ja mit einem lieben Lerone gemacht. Ich meine Lerone war richtig, schlag mich nicht, bitte nicht, bitte schlag mich nicht. Ja. Wir kommen im Moment einfach nicht zum Aufnehmen. Irgendwie ist immer irgendwie irgendetwas, dass das irgendwie nicht geht. Also heute Donnerstag, ne, ist so der letzte Termin, an dem ich jetzt diese Woche aufnehmen könnte. Also, ähm, wir haben hier am Wochenende in der Stadt Groß hier Kirmes und hier, ne, alles irgendwie irgendwas los. Und ehrlich gesagt, wenn denn sowas meiner Stadt ist, dann kann man da auch hingehen, ne. Also wie gesagt, da bin ich, äh, unterwegs, da kann ich nicht. Und, äh, deswegen ist das die, wäre heute Donnerstag der letzte Termin dafür. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Glaube ich nicht. Ich hoffe, dass wir da am Montag oder sowas irgendwie mal einen vernünftigen Termin kriegen, dass wir da endlich mal wieder aufnehmen können. Ähm, will ich auf jeden Fall fortsetzen. Ähm, dann hätten wir ja da noch das, äh, liebe Zelda, The Minish Cap. Das breche ich ab. Ganz einfach, ich, ähm, habe nicht so viel Zeit. Ich habe keine Lust, also, lassen was. Komm, wenn ich keine Lust habe und Zeit habe ich sowieso nicht so viel. Wie gesagt, lassen was hat keinen Sinn, finde ich jetzt. Ähm, ich denke, da werde ich auch die Videos löschen. Wahrscheinlich. Alle löschen und, äh, vielleicht habe ich irgendwann ja nochmal Lust. Also, mir gefiel der Grafikstil wirklich. Vielleicht sage ich ja irgendwie nach irgendeinem Spiel nochmal, ja, Lust, komm, machst du nochmal einen Anlauf, kannst du ja nochmal versuchen, wie auch immer. Dass du da auch dann von Anfang an irgendwie einen Stil hast, irgendwie von wegen, ähm, äh, Rahmen auch, sage ich mal, ne. Ähm, ja, wie gesagt, dass ich da dann irgendwie vielleicht später nochmal was zu mache. Jetzt werde ich sie erstmal löschen, dann sind sie weg. Komm, mache ich später vielleicht nochmal. Muss man mal sehen, ne, hat ja noch ein bisschen Zeit. So, äh, gibt's da noch irgendwas Wichtiges? Ich, ähm, ich bin mir im Moment nicht sicher. Die Sache ist ja, dass, äh, Ocarina of Time im Moment so auf dem Kanal steht, quasi, das, äh, wird fortgesetzt, das wird weitergemacht und, äh, ich weiß im Moment gar nicht, äh, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, ich, äh, hab schon gerade gar keine Zeit mehr für, ähm, Oblivion. Das muss man dann alles sehen. Nö. Naja, ähm, gut. Ich glaube, das wär's so an sich. Ähm, wie gesagt, am Wochenende bin ich halt unterwegs. Das heißt, ähm, dass ich erstens nichts aufnehmen kann. Ich werde versuchen, was hochzuladen. Theoretisch habe ich deswegen gerade Zeit hochzuladen. Ich hoffe auch, dass ich die Zeit finde, das anständig, äh, die Videos, äh, halt in YouTube irgendwie reinzupacken. Also so mit, äh, Video, äh, Titel und, äh, ja, was auch immer. Weil das kostet nicht viel Zeit, aber ich muss die Videos ja vorher alle einmal wenigstens durchgucken, dass sie auch wirklich in Ordnung sind. Also wie gesagt, ähm, ich hoffe, da wird es Videos geben. Kein Problem. Und, ähm, das wird schon irgendwie. Nö. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Äh, haut rein, Leute. Bis denne. Tschöö. 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 Töö. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020